Wir starten in ein neues Jahrzehnt. Wie wird es werden? So wie die tollen, die goldenen 20er Jahre, die so golden vielleicht gar nicht waren. Ja, ja, nicht nur bei der Presse wird gelogen. Lügenbühne! Ihr wollt die Uhrenzeiger rückwärts drehen und glaubt, das Ändere der Zeiten lauf. Dreht an der Uhr, die Zeit hält niemand auf. So wie ihr es euch träumt, wird Deutschland nicht erwachen. Die Zeit wird kommen, da man sich erzählt, mit diesen Leuten war kein Start zu machen. Denn ihr seid dumm und seid nicht auserwählen. No, no, highbrow, they don't cry now. Please spend the tiger egg, please spend the tiger egg, please spend the tiger eggs for me.